Ich habe bereits letzte Woche über einige Länder geredet, wer das sehen will, klickt auf das i da oben, in dem Video behandle ich die Kolonialisierung mit Fokus auf Afrika. Und dann kam mir so der Gedanke, warum heißen die alle eigentlich so? Bei Deutschland kommt es vielleicht davon, dass wir Deutsche sind und wenn man ein Land dran hängt, ist es Deutschland oder so? Wie kamen unsere Vorfahren wirklich auf diesen Namen unserer Länder? Heute stelle ich euch 5 davon vor, also bleibt dran. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Must Know History. Wenn wir schon bei Deutschland sind, können wir auch direkt eigentlich da bleiben. Unsere Heimat, unsere Nation, unser Deutschland. Aber warum heißt es so? Dafür müssen wir uns erstmal erschließen, woher das Wort Deutsch kommt. Das Wort Deutsch stammt aus dem Mittelhochdeutschen, beziehungsweise aus dem Althochdeutschen, über das ich auch in einem Video geredet habe, dafür einfach auf das i klicken. Da hieß es Diät oder Diod und das Wort für das Volk war Diodisk. Dieses Wort entwickelte sich immer weiter. Der Begriff Theodiskus, der sich aus dem germanischen Wort für Volk, also Theoda und der lateinischen Endung Iskus zusammensetzte, wandelte sich später zu Diutsch und Teutsch, wo man die klare Parallele zu dem heutigen Wort Deutsch erkennen kann. Ihr fragt euch sicher gerade, aber Must Know History? Wieso nennen es die Engländer und vielleicht andere Nationen Germany? Das kann ich natürlich als alle Wissenden was nötig beantworten. Es kommt von unseren Vorfahren, den Germanen. Germanien ist ein Begriff für ein Land mit vielen anhängenden Völkern in sich, wie es damals bei den Germanen der Fall war, da es kein zusammenhängendes Volk war, sondern viele zusammengesetzte, wie zum Beispiel die Nordgermanen. Wenn wir auf die Geschichte schauen, können wir nicht wirklich unser heutiges Deutschland als Germanien bezeichnen, da nahezu alle mitteleuropäischen Länder aus den damaligen Germanen stammt. Wir sind auch ein Teil, aber nicht das Ganze. Andere Sprachen haben für Deutschland auch den Begriff Alemannia oder Saxa. Die Alemannen, wie sie heute noch im Französischen und Spanischen genannt werden, waren ein Stamm, der sich zwischen dem Rhein und der Donau ansiedelten. Der Name leitet sich von der Beziehung Alemann ab, die mehrere Stämme verbindet. Der Name Saxa kommt von den noch heute bestehenden Sachsen, die sich an den Nordsee angesiedelt haben und danach in Richtung Südosten ausgebreitet haben. So werden sie heute noch in den baltischen Sprachen genannt. Wir bleiben in Europa, gehen aber etwas mehr in den Westen, auf eine Insel mit dem Namen England. Viele verwechseln dabei England und Großbritannien oder wissen gar nicht, was was ist. Dafür bin ich doch da. England selbst ist nur das Land. Großbritannien meint die ganze Insel, auf der England, Wales und Schottland liegen. Damit wir erfahren, woher genau der Name der Insel kommt, müssen wir zurückgehen. Nicht nur ins Mittelalter, sondern ganz zurück in die Zeit der Expansion des Römischen Reiches. Da betrafen sie auf ein Volk, dessen Merkmale ihre Tätowierungen waren. So haben sie das irische Wort für tätowiert, nämlich Brit oder Braid genommen und so hieß das Land Britannia. Andere Interpretationen wären der Name der keltischen Göttin, nämlich Britannia oder der angebliche Gründer Brutus. Außerdem leitet es sich vom altenglischen Wort Engerland ab, was das Land der Angeln bedeutet, die da heimisch waren. Heute erinnert ein Teil Englands, der immer noch Anglia heißt, an die Herkunft des Namens. Wir bleiben immer noch in Europa, aber gehen an die genau gegenüberliegende Seite des Kontinents, nach Griechenland. Das schöne Land am Mittelmeer muss natürlich auch in diesem Video drankommen, Heimspiel und so. Der Name Griechenland stammt aus dem Lateinischen. Britia, wie es heißt, ist eine Region im damaligen Griechenland, genauer gesagt die Region Epirus. Sich selbst nennen sie aber Elava oder übersetzt Hellas. Das hat seinen Ursprung im frühzeitlichen Stamm der Hellenen. Der Name setzt sich einmal durch und hält sich tatsächlich nicht wie im Deutschen bis heute. Der Name Griechenland ist aber nicht wirklich der richtige Name des Landes. Die richtige Bezeichnung wäre die Hellenische Republik. Bleiben wir im Balkan und gehen etwas in den Norden entlang der Küste, dann sind wir bei Albanien. Das Wort Albanien könnte zwei Hellkünfte haben. Einerseits aus dem präkeltischen Alb, also Hügel, andererseits das indogermanische Wort für Weiß, nämlich Alb. Entweder geht es auf das Kalkgestein des denarischen Gebirges, welches sich durch diese Region zieht, oder auf klares Flusswasser zurück. Zu den Einheimischen sagte man schon in der Antike Albaner bzw. Albanesen, welches aus dem italienischen Stamm. Dieser Begriff bezeichnete den yulerischen Stamm und das bald in jeder europäischen Sprache. Seit der Nationalbewegung im 18. und 19. Jahrhundert nennen sich die Albaner aus dem Balkan selbst Shiptaret, welches übersetzt aussprechen bedeutet. Das Wort Adler ähnelt dem auch sehr, nämlich Schipe, welche man auch auf der Flagge in schwarz mit rotem Hintergrund sieht. Ich habe zwar nicht bei der albanischen Flagge, aber bei einigen anderen aufgezeigt, wie sie erschaffen und entwickelt wurden. Unter anderem Deutschland und Spanien, schaut dafür gerne auf dem i vorbei. Gehen wir jetzt von einem etwas kleineren Land zum Größen unserer Erde. Die meisten von euch wissen sicherlich, wo wir dann sind. Genau, in Russland. Russland hat eine leichte Ableitung. Das Volk der Russ siedelten sich an den Flüssen des heutigen Russlands an und die Bezeichnung bekommt man heutzutage meistens aus dem nordischen Rohr für Rudern. Durch die Geschichte hatte es auch etwas andere Bezeichnungen, wie im Mittelalter das Kiewer Russ, da es zu dieser Zeit Kiew als Hauptstadt hatte. Was Russ genau bedeutet, kann man heutzutage schwer sagen. Man weiß, dass der byzantinische Kaiser Konstantin VII. das Land Russian nannte, was man höchstwahrscheinlich mit Land der Russ übersetzen kann. Eine Theorie besagt, dass Russland zu Beginn von nordischen Männern beherrscht wurde, genauer gesagt von Schweden und demnach Russ ein Synonym für Schweden ist. Das finnische Wort für Schweden heißt Rozi, zurück für die Aussprache meiner finnischen Freunde, ist sogar eine Alliteration. Bei mir lernt man nicht nur Geschichte. Diese Bezeichnung kommt dem Russ sehr nahe. Eine andere Herleitung wäre die Niederlassung eines Volkes bei dem Fluss Ross und die Bezeichnung des Volkes wurde zu Rosskir und daraufhin zu Russkir weiterentwickelt. Etymologen, also Sprachwissenschaftler, sehen ein Problem dabei, da bei einer Entwicklung von Sprache ein O nie zu einem U wird. Und das soll es auch wieder mit diesem Video gewesen sein. Wieder mal sind natürlich alle Quellen in der Beschreibung verlinkt, also lest euch gerne nochmal weiter durch. Wie immer, falls es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren, egal was, Vorschläge, Kritik, Feedback, alles ab in die Kommentare und die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft auch kein Geschichtsvideo mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Samstag um 17 Uhr wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einem neuen Video auch von dem Kanal MastnoHistory. Tschüss! Tschüss!